Ich habe während meiner Promotion schon Lehrveranstaltungen Richtung Data Science entwickelt, habe dem Rahmen von Methodenkursen anderen Promovierenden beigebracht, aber halt immer so als Hobby mehr oder weniger und jetzt habe ich die Möglichkeit, das auch mit der professionellen Unterstützung von Kollegen im Rahmen einer Arbeitsgruppe und auch bezahlt umzusetzen und das ist sehr schön. Daten begeistern mich seit mehr als 30 Jahren mittlerweile, was ich festgestellt habe, sie sind nicht nur aus einer wissenschaftlichen Perspektive von Interesse, sondern bieten natürlich auch viel unternehmerisches Potenzial und genau an dieser Schnittstelle eben aktiv zu sein ist etwas, was mich begeistert und wovon ich hoffe auch Studierende begeistern zu können. Das ist ganz großartig, ich bin gerade ganz begeistert von diesem Austausch und freue mich sehr, dass der Stifterverband das ermöglicht, also nicht nur die Förderung des Projekts, sondern auch der Austausch mit den anderen Universitäten. Mit Studierenden aus allen Fächern über Digitalisierung, Datenkompetenzen zu sprechen, zu diskutieren, in den Austausch zu kommen, finde ich eine ganz spannende Herausforderung. Es ist ein hochaktuelles Feld und ich bin jedes Mal erstaunt, welche unterschiedlichen Perspektiven Studierende aus allen Fächern dazu beitragen können. Mit sechs habe ich glaube ich meinen ersten PC gehabt, dann bin ich natürlich irgendwie auch als Anwender mit in die Digitalisierung reingewachsen. Irgendwo wird einem natürlich jetzt in meinem Master Business Development mit den ganzen digitalen Geschäftsmodellen auch die Relevanz der Thematik bewusst und die Möglichkeiten, die daraus entstehen, auch einfach um unsere Zukunft zu gestalten und das den Studierenden näher zu bringen, zu aktiven Gestaltern machen zu können, ist eine unglaublich herausfordernde, aber auch wichtige Aufgabe. Die Heinz-Nixdorf-Stiftung und der Stifterverband haben in ihrem Förderprogramm Data Literacy Education letzten September drei Hochschulen zur Förderung ausgewählt. Diese treffen sich nun heute zum Kick-Off auf Einladung der Neuphana Universität Lüneburg hier im Liebeskindbau und tauschen sich aus darüber, wie sie sowohl inhaltlich als auch vom Fahrplan zeitlich her in den nächsten zweieinhalb Jahren des Förderprogramms zusammenarbeiten wollen. Wir haben schon gestartet in der Entwicklung. Konkret starten wir mit einer breitenwirksamen Grundveranstaltung, wir nennen sie Data Literacy Basics, im nächsten Sommersemester, also in drei Monaten. Darüber hinaus schaffen wir einen Raum, an dem sich datenkompetente Menschen treffen und vernetzen können. Das startet dann im August und parallel dazu kuratieren wir schon existierende Ressourcen, Lehr- und Lernressourcen, die wir nicht selbst entwickeln, sondern selbst unseren Studierenden zur Verfügung stellen. Wir beginnen im Sommersemester 2019 mit einer großen Kick-Off-Veranstaltung, zu der wir alle Studierende einladen, mit uns gemeinsam über Data Literacy zu diskutieren. Wir haben in einem der verpflichtenden Module des Leuphana-Semesters, das ist unser erstes Studiensemester für alle Studierenden. Bereits Seminare, Übungen zur Einführung ins Programmieren, jetzt im laufenden Wintersemester vorgesehen. Die laufen jetzt und ich bin gespannt, wir werden die ja auch auswerten. In den nächsten beiden Semestern werden wir dann sukzessive immer weitere Elemente implementieren, bis wir am Ende des Projekts tatsächlich dann verpflichtende Bestandteile im ersten Semester für alle 1500 Bachelorstudierenden haben werden. Also das Erste ist, dass wir natürlich die Vernetzung der drei Hochschulen miteinander fortführen wollen über die nächsten zweieinhalb Jahre und wir werden versuchen weitere Hochschulen mit an Bord zu nehmen. Wir haben uns erstmal zum Ziel gesetzt, 15 weitere Hochschulen dazu zu holen, um auch den Kreis derer, die unmittelbar von dieser Vernetzung profitieren, zu erhöhen. Auch wenn die Konzepte erstmal grundsätzlich unterschiedlich gewirkt haben, ist es so, dass wir doch alle mit der Ausgangsproblematik befasst sind, wie erreichen wir Leute, die eigentlich kein Interesse für Programmierung haben, beziehungsweise Data Literacy im weiteren Sinne. Und da eine Herangehensweise zu finden, wie das möglich ist, ist glaube ich die Grundlage, die wir in allen Projekten teilen. Ich glaube, so ein großes Projekt geht nur auf Basis der Begeisterung der Studierenden mit tollen Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft und mit der Unterstützung aus allen Fächern an der Hochschule Mannheim. Also ich glaube, man kommt nicht mehr um das Thema herum. Man wird sich damit beschäftigen müssen, man wird auch Ressourcen in die Hand nehmen müssen. Es werden alte Inhalte weichen müssen, weil nicht unendlich viel Platz hat in einem Curriculum. Und ja, da wird es einfach ein gewisses Commitment brauchen von oben, um sowas anzugehen. Wir haben ein Rieseninteresse für dieses Thema, nicht nur bei der Ausschreibung unter den Hochschulen, sondern auch in der Politik. Das BMBF hat das in seiner jüngsten Förderlinie aufgegriffen. Wir wollen dieses Thema weiter begleiten. Wir wollen dann auch unter dem Stichwort fachübergreifende Kompetenzen, hier Data Literacy, in die Breite zu tragen, dass Hochschulen das an Studierende aller Fächer vermitteln und begleiten das auch in anderen Projekten des Stifterverbandes, wie dem Hochschulforum Digitalisierung mit Vernetzung und eben auch übergreifenden Studien, die den Hochschulen helfen sollen oder ihnen Diskussionsanreize bieten sollen, diese Inhalte auch zügig in die Breite tragen zu können. Ich glaube, dass es gut ist, tatsächlich die Studierenden teilweise auch mal zu ihrem Glück zu tragen und zu sagen, Leute, überwindet euch. Also auch gerade die Studierenden aus den nicht so datenaffinen Fächern oder scheinbar nicht so datenaffinen Fächern aufzufordern, an solchen Angeboten teilzunehmen. Das ist ja auch etwas, was wir tun werden. Heute habe ich auch gelernt oder bin noch mal bestätigt worden in meiner Auffassung, dass diese scheinbare Trennung zwischen datenaffinen Fächern und scheinbar nicht so datenaffinen Fächern ja eigentlich gar nicht haltbar ist und dass vielleicht die Studienanfängerinnen und Studienanfänger da, ja, Ideen, unzutreffende Ideen haben oder eigentlich von ihrem Glück so ein bisschen überzeugt werden müssen. Wir machen was Neues. Wir müssen neue Wege bahnen, die noch nicht so gegangen wurden. Und dafür braucht es Motivation und den Willen, das ein bisschen mehr zu machen. Wir brauchen Ressourcen, klassisch von unseren Universitäten, damit das auch nach den drei Jahren weitergeht. Ja, und wir brauchen kompetente Menschen. Also das ist die Hauptressource, die wir brauchen. Wir brauchen Menschen, die die Kompetenz schon mitbringen, die gute Ideen mitbringen und die bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten und das umzusetzen. Wir müssen in Kontakt bleiben. Wir müssen uns austauschen. Digitalisierung, Data Literacy ist ein Feld, das sich permanent weiterentwickelt. Nur wenn wir miteinander im Gespräch bleiben, können wir auf Höhe der Zeit sein. Wir haben insbesondere bei der Diskussion auch der Inhalte noch mal diskutiert. Gerade, wo liegt der Schwerpunkt? Ist der eher im Bereich der Programmierung zu sehen? Ist der tatsächlich in der Datenanalysekompetenz? Und da einfach zu lernen, auch wie das an anderen Hochschulen gesehen wird oder an den beiden anderen Hochschulen zu sehen, hat uns sehr geholfen, auch für uns so ein bisschen zu justieren, was ist eigentlich die richtige Balance in dem, was wir vermitteln wollen. Ich war beeindruckt, wie offen und engagiert die drei Hochschulen hier miteinander heute diskutiert haben, über den Start ihrer Projekte, über erste kleine Erfolge, über erstes Scheitern. Und mein Eindruck ist, dass es eine tolle Grundlage ist, um gemeinsam in den kommenden zweieinhalb Jahren an dem Thema weiterzuarbeiten und voneinander zu lernen. Wir empfanden, dass der Austausch heute sehr offen war. Wir sprachen vorhin kurz darüber, dass bei den Projektpräsentationen man natürlich die schönen Schaubilder zunächst mal sieht. Und wenn man dann gemeinsam in die Diskussion kommt, dann eben doch feststellt, dass natürlich das Projekt steht am Anfang noch viel zu tun ist. Und ich fand die Offenheit, mit der wir aufeinander da zugegangen sind und auch eben tatsächlich Problemstellungen diskutiert haben, fand ich sehr positiv. Das ist eine einzigartige Möglichkeit, sich mit Leuten auszutauschen, die sehr ähnliche Dinge in einem sehr ähnlichen Kontext zur selben Zeit machen. Was man natürlich an einer eigenen Hochschule nicht unbedingt so hat, weil es gibt nicht zweimal dieselbe Vorlesung im selben Semester, das wäre ineffizient. Das heißt, ich nehme das als sehr, sehr gewinnbringend wahr und auch die Möglichkeit, Ressourcen zu teilen und nicht dreimal dieselbe Arbeit zu machen, sondern da ein bisschen Arbeitsteilung zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es war ein Austausch auf Augenhöhe, wo irgendwo jedem klar war, dass wenn wir was reingeben, können wir auch was rausnehmen. Also es ist Win-Win für alle Beteiligten da. Und abgesehen von dem Inhaltlichen war es einfach wichtig zu sehen, auch ein Austausch, dass wir mit unseren Problemen nicht allein dastehen, sondern die teilen und da gemeinsam drangehen können.